Da gibt es ja eh nur drei Pro-Massimale. Weißt du, meine Freunde packt der Gleiter voll ab, der Werfusswan-Gleiter. Die sagen immer, der Gleiter ist hässlich und sagt, ich bin hier, er kennt mich. Ich lande direkt bei der Truhe, wenn ich hinkomme. Nein, nein nicht. Ich habe C4 weggefunden. Und ein lila nach links. Keine Fallschule bekommen. Die bei mir ist ein Gegner. Komm einfach mal ganz auf den Spann zu dir. Genockt? Ja. Hatte ich Kille mit Granaten? Nee, warte, ich muss bestimmt zacken, noch damage machen. Ich lasse das bisschen. Gute. Wo sind sie? Hier. Einer ist Klaus. Da weg. Lass sie? Ja. Oder die Mädchen. Nein, ich nehme die Mini-Schilder. Ja. Die Zone geht halbwegs klar. Brauchst du gerade? Nee. Komm, bemerk mich nicht, bemerk mich nicht, bemerk mich nicht. Wo ist er? Ja, warte, beschütz mich kurz. Was? Habe ich? Ach, der bleibt nicht tot? Er ist direkt tot, ja. Ja. Die Raketenwerfer, die wir alle haben, ja. Ja, Bandage bräuchte ich jetzt auch. Willst du denn Lila-Ganage haben? Habe ich schon. Ich bräuchte Bandage jetzt. Ja, ich habe jetzt einen Lenk-Raketenwerfer und vier normale Blower. Also gut, klar. Dann bin ich mal wieder Penta-Raketenwerfer. Macht man doch jeden Tag. Genau, der stimmt. Ja. Nee, ich kann einfach... Warst du schon im großen Haus drinne? Hm? Ja, aber ich habe mich komplett durchgelotet. Also ich habe schnell die Waffen durch, weil... Ja. Ich war jetzt wenigstens 140 Leben. Hier so einen Eierwerfer unten. Hier so noch einen Eierwerfer. Oh Mann, hier. Wie viel genau lässt das Ding steuern? Oh mein Gott. Krass ist das Teil, bitte. Man kann damit ja überall durchfliegen. Ja, stimmt. Ja. 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 Bist du gerade? Ja. 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 Ich hab nur den Zwerg hier hinten gewollt. Ich hab den gerade nur den Zwerg hier hinten geholt. Und haust ganz hinten links. Ich hab 110 Raketen, ey. Ich hab nur 30. Ich kann dir sonst welche geben, ne? Ey, dieses bauen muss ja, das ist aber wie. Also ich versuche immer, das teilweise da zu bauen, wo es nicht geht. Nein, nein, nein. Die Runde läuft doch bis jetzt gut. So, wie viel ist das für 3? 2. Boah, das ist Skybridge, Skybridge oben. Wo? Über die uns, guck mal morgen. Ah, Lenker kippen lassen sich schon mal. Hey, ich mach schon, ich hab Lenker kippen. Nein, ich fall nicht. Genau, und dann finish ich ihn direkt. Ja, ja, der andere fällt auch gleich runter. Digga, der schluckt einfach, der schluckt einfach. Der schluckt einfach, der schluckt einfach. Der Typ soll gleich runter. Ja, da oben. Ich will gleich Rocket Riden. Wir müssen gleich runterfahren. Er ist groß. Wolltest du ihn immer wirklich killen? Kann man auch so dumm sein, in dem Modus einen Skybase bauen ohne Witz. Ja, ist so. Oh, generell so. Ist es so. Du hast die noch Winni-Shield trinke. Die hatten schon Blut, ne? Nein, hier war ich keine Minni-Shield geben. Ja. Der Lenkerketen wäre fast voll mein Ding. Ich geb dir ein paar Raketen hin, ne? Der Bus runtergefallen ist, es sah so geil aus einfach, ne? Dann flieg ich volle Kanne mit der Lenkraketen. Was macht das auch? Ich flieg volle Kanne mit der Lenkraketen ins Gesicht. Überlebst einfach. Die Puscheln mit den Lenkraketen werfen. 490 is right there. Pass auf, sonst werden wir gleich geschlagen. Ja, wie heißt das? Ja, raketet. So, ich hab's ja. Oh, die haben glaube ich Jump-Up gebaut. Links von uns sind die. Da sind wir irgendwo. Ja, wir müssen in die Zone schnell kommen. Ja. Die müssen noch direkt vor... Bist doch nicht mehr Zone. Boah, die hat mir allen Schaden gemacht. Mir hat die nichts gemacht. Die müssen aber hier Zone. Ey, ich versteh dieses Bausystem teilweise nicht, ne? Warte, ich komm zu dir. Ich bin so ein Fri-Hard, guck es dir an, was ich gebaut hab. Metall, ne? Nein, siehst du die Benji da drunter? Ja, die sehe ich. Oh, lass mich. Ruhe. Oder Lenkraketreffer. Wo ist der Typ? Warte, warte, warte. Er freist mich drauf. Hab ihn. Bist du? Hab ihn. Ich hab ihn. Alles klar. Warte, warte. Ich geb der Rückendeckung. Lenkraketreffer. Er ist gut. Oh, ich hab auch Lenkraketreffer. Guck mit dem gegen. Ich kann nicht mit dem Ding fliegen. So kann losgehen. Ich hab auch Lenkraketen sehr verletzt. Was für eine Farbe? Was für eine Farbe? Äh, lila. Ich hab nix zum heilen, ne? Nur Wacken. Ich hab Madkit sonst. Aber 165 Leben reicht ja erstmal. Soll ich schon kommen in den Top Ten? Wenn man in die Top 12 kommt. Ja. Das reicht eigentlich auch. Sind wir eigentlich schon. Wir sind noch gar in den Top 12. Ja, aber in Top 12 ist glaub ich Dings nicht gemeint. Also 12 Gegner nach. Achso. Ja, dann brauchen wir noch 6. Aber die verretten ja gerade eh wie am Stück. Naja. Ja. Da hat jemand aufgekriegt. Pff. Hat sich ins eigene Knie geschossen. So geil. Ja. Du bist gerade geflogen bei mir. Gott. Der Metall ist das einzige was ich am Baumaterial hab. Und darf noch nur 130. Ich hab 800 Holz. 400 Stein. 800 Metall. Das glaubt mal was. Warte. Ich hab... Ich weiß auch nicht wo ich das alles her... So. So. Da ist noch ein Raketenwerfer. Ich weiß schon mal. Wir können aber die... Deshalb sollte man jetzt auch so. Ich höre drauf. Auf dem Berg ist jemand hier. Äh. Jo. Da ist die Rakete. Da. Jump it, jump it, jump it. Ja, ich seh. Ja, ja. Beschütz mich, beschütz mich. Da rennen wir uns zwei Leute. Ah. Was he seeh? He Assistance. Du bist trotzdem. I devemus dasselung werden, promise sage ich das habe. Ich also wünsche mir diebye. Du bist weiterhin mal auf dasselung.